Auf der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt enthüllt Hyundai ihre neueste Fahrzeugstudie, das Elektro-Konzept 45. Ja, wir haben eine ganz tolle Studie hier. Wir haben die Studie 45 oder 45, wo man eben sieht, in welche Richtung wir mit unseren Elektro-Angeboten gehen werden. Das heißt, es ist eine Studie, die zum einen das Design zeigt, wie wir zukünftig Elektro-Autos im Markt präsentieren werden, aber auch eben einen Ausblick gibt, dass wir unsere Elektro-Angebote in Zukunft auf einer Plattform haben werden und dort entsprechend die optimalen technischen Voraussetzungen haben, um noch effizienter zu sein. Inspiriert wurden die Designer beim markanten Exterieur des Elektro-Konzept 45 vom ersten Auto der Marke, dem vor 45 Jahren gezeigten Pony-Coupé-Konzept. Der Name des Konzepts bezieht sich dabei nicht nur auf das historische Vorbild, sondern findet sich auch am Auto selbst. So zeigen zahlreiche Karosserie-Elemente einen 45-Grad-Winkel. Doch nicht nur das Elektro-Konzept 45 feiert in Frankfurt seine Weltpremiere. Direkt neben mir natürlich der schöne i10. Das heißt, unser Einstieg in die Marke Hyundai im Kleinstwagen-Segment haben wir gefeiert, die Weltpremiere hier auf der IAA. Ganz entscheidend natürlich, wie man sieht, ein tolles Design, so wie man das von Hyundai inzwischen kennt. Aber entscheidend sind natürlich auch die inneren Werte. Das heißt, zum einen ist das Auto nicht größer geworden von den Außenabmaßen, aber der Radstand hat sich um 40 mm erweitert und dadurch ist der Innenraum eben entsprechend um 40 mm gewachsen, was man dann doch deutlich spürt im Innenraum. Seit seiner Einführung 2008 ist der i10 eine echte Erfolgsgeschichte für Hyundai. Maßstäbe unter den Kleinstwagen will die neue dritte Generation vor allem in puncto Ausstattung setzen. So ziehen viele Extras in den i10 ein, die Kunden in der Regel bisher nur in den höheren Fahrzeugsegmenten fanden. Dazu gehören unter anderem ein Spurhalte- sowie ein Notbremsassistent. Die Markteinführung des für- und in Europa entwickelten und produzierten Cityflitzers ist für Mitte Januar 2020 geplant. Die Preisliste startet bei 10.990 Euro.